Kommt er schon wieder. Ich hasse ihn zwar... Oh! Nein! Ey, klotz mich nicht so blöd an! Schnauze! Die Pflegekräft schwimmt sich die Seele aus dem Leib. Ich bin wieder bei dir! Was wäre denn so ein kleiner Stoffhase? Ganze 25 Schaden, Alter. Immerhin besser als 13. Ja, jetzt 13er. Oh, war das krass. Das war schon gleich zu. Das mit den Flugzeugen ist richtig krass, irgendwie. Und wie da so über das Wasser kam, Alter. Kommt er schon wieder. Ich hasse ihn zwar... Oh! Ich hab ihn sogar noch überfahren, Alter. Geil! Da vorne, das Flugzeug schwimmt mit uns mit. Ja, kommt Jungs, schießt. Gebt alles, gebt alles. Die machen wir fertig. Da ist einfach rausgesprungen. Ein Wahnsinniger. Da springt auch noch ein Wahnsinniger. Oh! Nein! 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 Ich bin außerhalb des Kampfgebietes! Nein! Leute, lauft! Schwimmt! Nein! Nein! Oh Mann! Ich hab alle umgebracht. Es tut mir so leid. Es tut mir so wahnsinnig leid. Ich wollte meine Mates nicht umbringen und alles, was da mit im Boot saß. Aber ich hab vor lauter Schießwürdigkeit und Glücksgefühlen nicht gesehen, wo ich hinfahre. Da ist einer auf dem Tor! Komm, gib ihn! Mann! Jetzt! Mann, Alter! Eis dich zusammen! Jetzt! Ja! Ah! Zum Glück hat er so lange gewartet, bis wir ihm schön in den Schädel geschossen haben. Eigentlich hinterrücks, Leute! Abschießen! Gib ihm! Ja! Der hat's gekriegt! Schön A erobern! Und dann gehört der Sektor uns! Oh! Ne! Die sind gerade bei B! Mann! Ich seh nichts mehr! Die wollen gerade B wieder zurückerobern! Nein! Das wird ihm nicht gelingen! Oh! Warte! Ich rette dich! Ja, komm einer! Steh auf! Ich auch noch! Ach du was? Dass der mich von englischer Sprache im Gebüsch voll gemurmelt hat! Da liegt doch einer! Oder? Wo waren wir es jetzt? Hier! Da! Oh! Ruhe Gewalt! Krieg ist Krieg! Ruhe Gewalt hilft immer! Jedenfalls im Battlefield! Die verstehen ja keine Worte! Keine vernünftigen Worte! Wenn man sie höflich bittet, den Sektor zu verlassen, schießen sie dir eine Google-Initiativ. Schädel! Wie der umgefallen ist! Gar köstlich! Gar köstlich! Ein Anblick, den man sich gern gefallen lässt! So, haben wir Bertha auch schon wieder erobert! Ey! Ja, dann auf zu Anton! Die Leute sind so gut! Man kriegt hier kaum einen Gegner vor die Flinte! Anubia, Junge! Anubia hat mich gerettet! Ehrenmann! Anubia hat entweder aufgegeben oder wurde von einem Kameraden gerettet! Sonst hätte ich mich gern revanchiert! Wann treffe ich denn heute mal? Irgendwas! Außer einen Dreckhaufen! Da guckt einer durch! Da springt einer drüber! Wenigstens habe ich den in den Schädel eingeschossen! Oh! Ein Sniper da hinten! Komm, ein Sniper-Duell! Triffst du mich nicht, was? Jetzt habe ich ihn an einer Staub hingeworfen! Dann rüber! Zu Anton! Unsere Flieger decken da schon ein, Junge! Flächendeckender Bombenangriff! Hier, Munition! Aber... Tatsache! Ich dachte schon, ich bin voll! Aber er griff nochmal in die Vollen! Keiner im Bunker! Männer stürmen vor! Junge, 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 Junge! Die kriegen aufs Maul hier! Das ist ja sagenhaft! Sensationell! Oh! Ein Verletzter! Er wird schon gerettet! Ich meine, zum Retten komme ich hier! Mann! Siehste, ich... Oh! Granate! Granate! Eck hier! Guck! Wieso hat es mich zerrissen? Oh! Anubia! Bester... Bester Mann! Wo ist mein Chat eigentlich hin? Mein Chat-Fenster ist weg! Warte! Jetzt ich! Hoch! So! Jetzt! Warte! Jetzt! Nein! Ich revanchiere mich! Jetzt kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen, dass du mich rettest! Woher denn? Was ist denn das? Weep! 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 Besp wilt! Weep! Ja! Anubia! Mein bester Mann im Spielen! Ich bin besser! Bester Mann! Das Gewehr... Wie es angefahren kam! Playcraft. Er wollte ins Boot. Hä, hat seinen Sack verloren oder was war das? Wartet, ich will auch mit. Wie sie drinnen sitzen wie die Orgelpfeifen. Guckt euch das an. Scheiße, jetzt habe ich vor lauter Lachen vergessen mitzufahren. Aber ich schwimme hinterher. Scheiße, wir haben auch wieder verloren. Jetzt hängen sie an den Punkten, Junge. Wie die Blutegel. Ich kann mich schon wieder nicht entscheiden. Soll ich zu A oder zu B? Naja, ich bleibe mal so in der Mitte. Was heißt in der Mitte? Einenfalls. Na endlich. Mann. Ich rette dich. Siehste, wir retten uns immer gegenseitig. Mein Bester. Ist tot. Ey, klotz mich nicht so blöd an. Au. Ja, wir erobern A. Das ist ein Panzer. Wieso fliegt das Scheißding denn nicht in die Luft, Junge? Warte auf mich. Warte auf mich. Wie ich... Danke. Kolo Land hat mich gerettet. Mein Kuppel. Unser Trupp, Junge, ist super aufgestellt. Danke. Ich hasse diese Panzerfäuste, Alter. Wie... Wie beschissen Schaden machen die denn an diesen Dreckspanzern? Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt mal ehrlich. Ich schieße mir mal ein Vorbeiverbot, Junge. Wenigstens, wenigstens ein Treffer mal wieder gelandet hier. Junge! Hallo? Ui. Was? Raus aus dem Konzertgetümmel. Ich sehe Anugier und ich verstehen uns. Jetzt kann ich wieder durch das Wasser latschen. Ja, dann stürze ich mich halt mal jetzt ins kühle Nass. Schnauze! Schon wieder der Dreckspanzer? Au, komm, komm, komm weg hier. So. Scheiß Panzer. Ja, ich habe vorbeigeschossen. Selbst wenn ich getroffen hätte, wäre nichts passiert. Da ist noch einer. Gucke. Hey. Blast, klar. Also praktisch, wenn jetzt zehn Sturmsoldaten im Spiel sind und jeder mit drei Schuss einen Panzer wegmacht. So. Dann hättest du wahrscheinlich den übelsten Panzermangel. Mann. Aber wir verlieren auch schon wieder. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da ist noch einer. Im Fenster. Im Fenster. Ich sehe nichts. Blätter weg. Blätter weg. Hat sich versteckt. Schmeißt ihm eine Kartoffel rein. Da ist noch einer. Schade, gar nicht zu spät. Warte, da steht einer an der Tür. Lad nach, lad nach. Er schießt aus der Tür raus, wie blöde. Da ist er. Was? Ja, Schnauze. Ach, du bist es, Anubia. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. So, schmeiße ich mal eine Granate in die Bucht. So, und wir erobern den Arsch und wieder. Sehr gut. Ach, fuck. Sind wir durch die Lappen gegangen da oben. Tumult? Lass mich durch, lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Anubia, mein Held, Junge. Ich schicke dir nach dem Spiel Blumen. Ey, das war eine Reaktion. Es war mehr blinde Wut als können. Sorry, ich remanchiere mich. Anubia, Junge. Es entsteht eine echte Freundschaft hier auf dem Schlachtfeld. Ja, gut. Nein, und gleich liege ich wieder im Dreck. Nein. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich bin tot. Geil. Wir sind gerade bei B. Stör nicht. So, ein Headshot verpasst. Und wieder tot. Allo. Hey, Buddy. Grüß dich. Ja, wir müssen wieder durchs Wasser. Und wieder diese scheiß Strecke schwimmen. Oh, und so. Alter, was war das denn schon? Ein Dreiteufelsnamen. Playcraft schwimmt sich die Seele aus dem Leib, Junge. Er kommt in einer Stunde einen Meter vorwärts. Ich habe halt schön gewartet, bis er rübergesprungen ist, um nicht selber schwimmen zu müssen. Rechts kann schon wieder ein Flugzeug. Da ist dieser Drecksniper. Man müsste ihn eigentlich pushen. Mensch, ich bin zu doof zu schießen. Oh, oh, nee, doch nicht. Dem habe ich gleich einen Headshot gedrückt. Das gefällt mir. Das ist schmackes. Daran könnte ich mich gewöhnen. So, und jetzt gehe ich mal hier bis an den Rand. Da. Da. Oh, Mann. Zurück im Kampf. Ich schmeiße Granate raus. Da hat einer seine hässliche Fresse gezeigt. Und ein Kumpel erschossen von mir. Da war er, da war er. Da ist er. Da ist er. Diese Sau. So, jetzt bleibe ich hier. So, Position und knalle alles ab, was uns... Mann, komm hoch hier. Diese scheiß Pflanzen. Ich habe euch den Kill geklaut, aber ihr kriegt ja Hilfe Zeta als Kill verpasst. Da, kommt wieder einer. Ja, gut, 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 gut. Ruhige dich, beruhige dich. Ja, ich bin dabei. Hör doch mal auf mit diesem englischen Geprappel. Achso, du bist Anubia. Sehr schön. Teamwork. Anubia. Da ist der Scheiß. Ja. Yes. Anubia, alte Menschenhaut. Junge, hast du das gesehen? Anubia heute als Mensch verkleidet. Da kommt wieder einer. Ja, den habe ich auch. Ey, so gefällt mir das. Bleibbauer. Bleibbauer. Nein, doch. Gekriegt, gekriegt. Sehr schön. Warte. Hier, Kumpel, ich rette dich. Wir sind doch ein Team, wir zwei. Es wird sich doch nicht eine Liebesromanze anbahnen. Au. Scheiße, jetzt verlieren wir wieder Ziel Anton. Das kann doch alles nicht Warzenschwein sein hier. Aber ich sage dir. Friss bleiben. Nein, nein. Was? Ich habe vorbeigeschossen. Ich bin wieder bei dir. Mann, die sind schon wieder an Anton dran. Lass die Finger von Anton, du geiles Stück. Wir schießen euch mit blauen Bohnen zurück. Also, ich erwähne aber meine Kameraden. Ist. Ist schon tot. Da liegt er und klotzt. Irgendwie bin ich immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Nein. Knarreleer. Oh, Mann. Oh, Rettung naht. Oh, er war direkt hinter dir. Aber ich danke dir. Entweder hat er ihn umgelegt. Oder es war ihm einfach scheißegal. Treffe ich mal einen mit diesen scheiß Granaten hier. Nada. Niente, Senor. Senor. Schieße einfach blödsinnig hier. Oh, Mann. Da stehen sie da unten. Ich lege nicht ein. Oh, was ist mit mir nicht in Ordnung, Leute? Doch, da habe ich einen geholt. Und wo ist Nummer 2? Nummer 2? Nummer 2? Nein, da ist schon wieder die Knarreleer. Und sie stehen da unten. Ich brauche einfach bloß noch zielen und abdrücken. Aber nein. Er kriegt nichts geschissen. Doch, da sind sie wieder. Schießt. Schießt vorbei. Schießt vorbei. Knahtlos. Und da ist die Knarre wieder leer. Ich kotze im Strahl. Und jetzt sind sie alle tot und alle weg. Und ich habe wieder keinen umgelegt. Alter, ist das zum Kotzen. Da kommt was dickes angeflogen. Dann triffst du ja. Wenigstens habe ich mal einen getroffen wieder mal. Seit gefühlt 10 Jahren. So, Leute. Wir verlieren B schon wieder. Ich schieße einfach mal blind. Ey, ich habe ihn tatsächlich. Ich habe ihn tatsächlich in den Schädel geschossen. Ist das geilo. Ich versuche es gleich nochmal, aber ich sehe keinen. Doch, da ist wieder einer. Da ist noch einer. Ja gut, das war ein Glückstreffer. Was willst du verlangen? Aber du triffst sie ja noch nicht mehr, wenn sie vor dir stehen. Wie auf der Schießbude. Was wäre denn so ein kleiner Stoffhase? Er hat sich versteckt. Er hat sich versteckt. Kurz move'n. Da liegt da einer von mir, von meinen Kameraden. Kann ich hier nicht? Kann ich hier nicht? Ja, wir haben den Sektor erobert. Geil. Ui. Mit 100 Mann noch. Mit 100 Seelen in der Reserve. So, her damit. Drei Gegner noch. Zwei Gegner noch. Keiner mehr. Alle weg. Sektor gesichert. Ja, sag ich doch, Alter. Quatsch du mich mal nicht nach. Komischer Moderator. Oh, da hinten ist der Sniper. Wir umgehen die mal ein bisschen. Nicht direkt drauf zu stürmen. Weil wir clever sind. Und dann steht so ein Dreckspanzer. Ist der besetzt oder so? Scheint leer zu sein. Na, er fährt. Scheiße. Ich hab doch mal einen reingedrückt. Er fährt los, Junge. Steht er noch? Ganze 25 Schaden, Alter. Immer noch hin besser als 13. Ja, jetzt 13, Alter. Teufel an die Wand gemalt. Schade, ich hab ihn nicht zerrammelt. Anubier. Bester Mann. Eine Liebesromanze. Eine Liebesromanze. Ich seh es. Zarte Knospen der Liebe keimen auf. Sie umspülen unsere Herzen. Ich hab ihn nicht nachgeladen. Jetzt ist das Scheißding weg, oder was? Sieht gar nicht gut aus. Oh, sie knarren leer. Alle knarren leer. Ja, gut. Wenigstens mal wieder was getroffen hier. Mann, das kann ja so nicht weitergehen hier. Boah, Alter. Jetzt werden die aber... Jetzt wird die aber eingedeckt, Alter. Das ist ja... Sie werden ja auch sehr schön. Das ist die reinste Hölle hier. Dann auf zu Anton. Ich weiß gar nicht, ob wir alle Sektoren erobern müssen, um zu gewinnen. Oder ob es reicht, wenn wir... Ah, warte. Komm mal. Ob wir drei von vier erobern müssen, um dann gewonnen zu haben. Oh, Anubier wieder. Aber ich sag es doch. Die junge Liebe knospet auf. Schnauze halten und kämpfen, Junge. Er brennt erstmal durchs Feuer, der Trottel. Niederlage, ja, das sag ich doch. Ey, wir haben vier von fünf Sektoren erobert. Und Niederlage. Was ist das? 30... 33 Mal korrekt. Oder was für ein Scheiß? Ey, wir sind bester Trupp. Anubier, Playmobilmännchen und Cololand. Und ich natürlich, meine Wenigkeit.